Erste Runde, Real Naked Job. Wie hast du das gemacht? Wie bestätigt, bevor ich aufkomme. Hab ich auf? Ja, das ging mir doch im Kopf. Wie nah war er dann? So nah. Also nicht zum tappen, auf keinen Fall, aber bewusstlos zu werden. War schon kurz ein Schwimmweg. Aber da haben wir gedacht, wir haben zu nichts, zu nichts, zu nichts.